Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Wir spielen wieder The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und wir sind jetzt hier in Kakariko. Hier in Kakariko. Kann ich noch einiges Zeug machen? Hier kann man nämlich viele Herzzeile finden. Und andere schöne Sachen. Also erstmal brauchen wir uns ein Easy Herz teil, dem wir einen kleinen Trick benutzen. Hi! Hallo? Ja. Gönn dir. Ok, jetzt tun wir mal zwei Herzteile. Ok. Eine die... Eine die... Ja. Die... 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 Die ... Die... Inselt... äh, ja, also wir müssen schauen ich würde genau so springen so, und hier ist noch ein Herzhalle und eine Kuh hallo, das ist Tierkühlerei ich bin einfach eine Kuh in seinem Haus ein so, ein die Frau hat nämlich ihre Hühner verloren oh, wir müssen die Helden zurückbekommen ähm ja, aber wir müssen jetzt nochmal diesen Trick benutzen oder warte mal wie viel ist Skullglas haben wir? 7 erst das ist noch ein bisschen zu wenig was ist der Tierquäler? sogar zuhause? nein doch ey, lass die Kuh raus lass die Kuh raus ey, Junge, was machst du hier? gehst du einfach so in andere Häuser? von fremden Menschen? ja, du musst die Kuh rauslassen ja, du musst die Kuh rauslassen hier ist nichts wichtiges wir müssen auf jeden Fall noch die Hühner sammeln wenn man kriegen ja was cooles und so London müssen wir auch nochmal anstehen wow, wir haben so viel vor wow, wir haben so viel vor ein Fisch und ich glaube 20 über die Hühner ja So. Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es waren. Ich glaube, alle sind so gut. Ich glaube, alle sind so gut. Ich glaube, alle sind so gut. Was ist das? Wir müssen hier auf jeden Fall nochmal in der Nacht her, dann müssen wir noch auf die London Ranch und dann geht's zum Todesberg. Ich glaube jetzt haben wir alle. Naja. Okay. Ja okay, eins weiß ich gar nicht noch. Da oben, wo da? Ja. Danke, dass du meine Küken gefunden hast. Oh cool, von dir na. Ja, du kriegst eine Flasche. Also Sachen mal machen. So, dann gehen wir jetzt erstmal am Tag. Dort hin. Aber da gibt's auch noch was. Nämlich hier ist der Friedhof. Glaube ich zumindest, dass es hier noch was gibt. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Mal. Also in der Nacht oder am Tag gibt's auf jeden Fall was. Wie wir mal hier? Achso das geht in der Nacht, ne? Dann auch. Nur Sachen in der Nacht verschieben, also gibt's am Tag hier nix. Ich glaub, jetzt wollen wir unsere Feenl, Carina. Äh, ja, ich hab keine Ahnung, ne? Versprechen? Ich muss mich nicht mehr lesen. Ich weiß... Achso, nein! Äh, nee. Ich weiß es wieder, ähm, ich muss ja nicht... Ich muss ja erst spielen, weil ich so ein Grabding verschoben habe. Nur in der Nacht. Okay, also dann muss ich jetzt, äh, dem mal reden. Hallo? Geht's jetzt? Nee, okay, in der Nacht. Okay, wir wieder. Ja. Kommen wir in der Nacht zurück. Ja, wobei, wir schon hier rein. Aber das ging, glaub ich, auch nur in der Nacht, ne? Oder sogar nur als Erwachsenerling. Jetzt hab ich was gelegt, ähm... Naja, aber das ist auch egal. Ähm... Die werden nämlich noch zum Erwachsenen weg. Also wir bleiben auch nicht für immer so jung. Und, ja, sie hat alle... ähm... ...dere Küken schon wieder verloren. Ist mal alles schon wieder ausgebrochen. Häää? Ja. Ich meine... Was ist gut denn? Hallo? Okay. Das muss man auch beachten. Ich bin noch in der Box oben. Das ist glaube ich noch eine, oder? Warte. Nicht da drin. Also da drin. Nein, da drin. Jetzt haben wir gesehen. Mit 10 Stück können wir schon viel anfangen. Okay. Hallo? Gah. Jetzt können wir in dieses Haus. Das Haus der Skulltulas. Ah! Ah! Hilfe! Ah! Ja. Hallo? Der Fluch ist gebrochen. Du hast 10 Skulltulas gefunden. Und dafür bekommst du jetzt ein Geschenk. Jetzt kannst du 200 Turbine tragen. Sehr toll. Was ist mit dir? Ah! Ah! Für mich an. Für mich brauchst du 100 Skulltulas. Okay, okay. Ich rette euch. so jetzt können wir 200 Turbinen tragen. Es ist mehr seit 100. Oder 99. Kann man noch. Ja. 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 Oh, boah ist der Totengräber. Nein. Nein! Jetzt fällt mir alles auf. Nein! Oh nein, mir fällt gerade ein Aufbau ein. Das ist ultra teuer. Dafür brauchen wir einen Borust, einen Totengräber. Naja. Erstmal machen wir es. Hier was? Ähm, hallo? Was ist denn hier? Das Heilierschild! Habe ich es euch nicht gesagt. Wir müssen keine 80 OP nennen. Wir müssen einfach nur hierher kommen. Und jetzt haben wir das Heilierschild. Yeah. Aber wir können uns nicht, ähm, so hinstellen, wie mit dem Heilschild. Sondern weil das hier zu schwer und zu groß ist, können wir uns nur so ducken. Naja. Besser als nichts. So, Nüsse gibt's noch irgendwo. Eigentlich Licht. Ja, ich weiß es eigentlich auch nicht mehr ganz genau. Hm? Ja, jetzt sind wir hier zwei. Das ist gefährlich. Oh, ich sterbe nämlich jetzt schon gleich. Da ist noch ein Mistkult, oder? Hier müssen wir rein. Was ist denn das für einer? Der ist, by the way, richtig stark. Kann man denn so den... Ich weiß es nicht. Oh, nee. Lass mich in Ruhe. Na, okay. Kann man nicht. Oh, nee. Ich hab gar keinen Bock auf den. Ich hab wirklich gar keinen Bock auf den. Bitte lass mich in Ruhe. Oh, nee. Der ist so stark. Wenn er uns einmal erwischt hat, dann sind wir gut. Das ist nicht le... äh, nee, nee. Nee, man muss ganz schnell drücken und nicht mehr drücken. Ja, ähm. Ja, um da wieder frei zu kommen, muss man ganz, 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 ganz schnell drücken. Aber das ist nicht so einfach. Einfach. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Das ist aber nicht so einfach. Ich hab die viertergekrone, denn es ist so einfach nicht so einfach. Ichби mich nicht mehr ab. ich weiß nicht mehr was man steht ich weiß nicht mehr wie es ging muss ich hier vielleicht dieses eine Lied von Zelda spielen keine Ahnung ich glaube nicht wobei doch keine Ahnung müssen wir nicht aber vielleicht oben hätte ich weiß es wieder hier muss man das Lied von also ich dachte man muss doch von hier ja doch genau hier ist auch dieses Dingszeichen hier bekomme ich ein Lied und das muss ich uns da spielen auch da bekomme ich das Lied hier? Ach keine Ahnung doch ich glaube schon oder? Ich weiß nicht ne ich glaube ich bekomme das Lied ah ja ja jetzt kann ich mich erinnern ich bekomme das Lied da unten dann muss ich dort spielen Ah ja jetzt kann ich mich erinnern ich bekomme das Lied da unten Genau. Ich habe wirklich das Lied jetzt. 8 8 anwesend noch mal später 10 und hier ist ganz viele von den ecklen Dingen das war so ein Trick und kann nämlich nichts passieren So und jetzt hier. Steht da ja. Interessant. Oh, das Lied. Rechts und oben, rechts und oben, rechts und oben. Genau, mit dem Lied muss ich jetzt runtergehen. Wo dieses kleine Monster war. Und ja. Wann bekommt man da ein Herzteil, glaube ich? Es ist ja wieder Tag, aber mit dem Lied kann man, glaube ich, wieder nachmachen. Ja. Ja. Das ist ein bisschen mit Nacht, oder Tagmanns. Ja. Nein, geh weg von mir. Ähm, wir brauchen dann gleich Boris den Totenkribber noch. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Geh weg von mir. So. Ne. So. Das ist, glaube ich, ein Herzteil drin. Und ein weiteres Herz. Ne. Wenn man vier Herz alles sammelt, bekommt man ein neues. So, und jetzt ist aber Boris drunter, wenn ich da oder? Ist denn der jetzt nicht da? Ich brauche den noch jetzt. Spiele ich halt das Lied nochmal. Es ist halt dann wieder da. Also ich muss noch zweimal spielen. So. Bitte. Wo ist denn der? Ich brauche den. Hm. Gehen wir mal. Hier hin. Mal wieder zurück. Bitte bis jetzt da. Ich nicht. Ähm. Ja. Ich brauche ihn aber. Ja. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja. Und in der nächsten Folge gehen wir auch zur London Ranch. Aber zuerst wollen wir uns noch die Skogler. Da haben wir schon elf. Das Schild ist halt besser. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das war's mit diesem Video. Ich würde mich über einen Abnern, einen Like freuen. Und... Ciao. Ja. Ja. Ja.